Den über 30 Meter hohen HOKO-Turm sieht man schon von Weitem. Ein Wahrzeichen von Eckenfelden. Die HOKO-Holz war mal Marktführer bei den Leisten. Dieses Drehkreuz benutzten vor kurzem noch Hunderte. Einer von ihnen ist Uwe Schmieder. Er hat hier vor 30 Jahren in der Lackiererei angefangen. Hätte mir das jemand gesagt vor 30 Jahren, dann hätte ich gesagt, du spinnst, dass wir mal so weit kommen, wie wir jetzt sind. Das kann nicht sein, dass Mitarbeiter, die gewillt sind, zu arbeiten und ihren Job weitermachen wollen, sich arbeitssuchend melden müssen. Auf dem Gelände sind seit mehreren Jahrzehnten zwei HOKO-Firmen ansässig. Das hier war ihr gemeinsames Verwaltungsgebäude. Die HOKO-Fenster und Haustüren und die HOKO-Holz. Beide mussten in den ersten Monaten des Jahres Insolvenz anmelden und wurden fortan durch einen Insolvenzverwalter betreut. Im Mai wurde die HOKO-Holz an die Nexus Investments GmbH aus der Schweiz verkauft. Geschäftsführer ist Maxim Heinze. Involviert war plötzlich auch eine Rotlein GmbH, deren Rolle bis heute nicht geklärt ist. Der Kaufpreis für die HOKO-Holz wurde bislang nicht bezahlt. Und die Mitarbeiter haben seit Mai keinen Lohn erhalten. Im Moment sind alleine im Landkreis Rottal Inn 70 Mitarbeiter der HOKO-Holz arbeitssuchend gemeldet. Die HOKO-Fenster und Haustüren konnte zum Teil gerettet werden. Sie wurde im Juli von einem Mitarbeiter gekauft. Zwölf Beschäftigte produzieren nun dort Aluminium-Haustüren, das vorherige Aushängeschild. Die HOKO-Holz-Mitarbeiter sind aber mittlerweile alle weg. 160 waren es vor der Insolvenz. Christoph Bäumer ist seit 38 Jahren im Betrieb. Er hat viele von ihnen selbst eingestellt. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis in der Belegschaft, zusammen mit dem Betriebsrat. Es war immer ein Miteinander und kein Gegeneinander. Nur was da jetzt passiert ist, das ist für jeden, der im Betrieb da ist oder aus dem Freundeskreis, außenstehen und so weiter, unbegreiflich, was da abgegangen ist. Sie verstehen vor allem nicht, warum die Nexus als Käufer ausgewählt wurde. Sie sagen, es sei nicht ausreichend überprüft worden, ob die finanziellen Mittel da waren. Regensburg vor der Kanzlei des Insolvenzverwalters. Der sagt, man habe in dem Fall nicht mehr prüfen können und dass nur ein Investor den Mietvertrag unterzeichnen wollte. Das war Bedingung, also wurde es die Nexus. Weil es nur diesen einen Investor gab, der eben einen Mietvertrag in der Tasche hatte. Und deswegen hätte die Alternative nur darin bestanden, den Geschäftsbetrieb sofort einzustellen. Ihm sagte der Nexus-Geschäftsführer immer wieder, er habe nur Probleme mit dem Geldtransfer aus Russland. Zu diesem Film wollte sich Maxim Heinze auch äußern. Bis heute keine Antwort. Dem Vermieter hat er immer wieder die Miete versprochen, fürs Lager wollte er Waren nachkaufen. Und er war mehrmals vor Ort und hat versichert, die Löhne würden bald kommen. Dann war da plötzlich auch noch dieses Schild der Rotlein GmbH am Briefkasten der Verwaltung. Er hat uns die letzten sechs, acht Wochen, wo er dann teilweise wieder da war, eigentlich nur mit Unwahrheiten abgespeist und hat uns irgendwelche Storys erzählt, die praktisch nie und nimmer eintroffen sind. Die HOKO-Holz-Mitarbeiter wollen, aber können nicht mehr hier arbeiten. Und sie wollen ihr Geld. Sie wehren sich jetzt deshalb. In einer Eckenfeldener Kanzlei werden Klagen bearbeitet. Es kommen weitere Klagen der Mitarbeiter, die bei der IG Metall sind. Und es wurden 60 Anzeigen bei der Polizei Eckenfelden erstattet. Die Staatsanwaltschaft Landshut ermittelt außerdem seit Monaten wegen Insolvenzverschleppung. In dem Betrieb lief es nämlich schon länger nicht mehr richtig.